und zeige euch dass hier nichts angeschlossen ist hier blinkt nur der usb stick ist ziemlich dunkel scheiße haben wir da den usb stick drin da an usb ist da nichts angeschlossen weiter wie man da sehen kann kein midi kabel angeschlossen gar nichts ich habe hier nur meine vier einzelausgänge stromkabel und sonst ist hier nichts dran nichts ist da dran dann gehen wir jetzt nach vorne ich lasse das video jetzt hier einfach weiterlaufen ohne unterbrechung muss noch mein kamerahalter mal wieder hoch holen kamerahalter zum ipad hinkrieg das eben hat er alles so schön das auch alles richtig schön sehen kann umgeschaltet wird so haben wir das aufgestellt so hier haben wir unser ipad kann man gut sehen kein kabel dran nix alles per weile lang ich werde mal einmal zeigen dass ich hier mit dem taros verbunden bin da kann man sehen ap taros s bla 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 ich bin mit dem ipad direkt mit dem taros verbunden so gehen wir mal in unser songbook hier rein und ich wähle jetzt mal aus den alten mann hier ja man achte jetzt mal auf die registration da wenn ich jetzt die alte mann drücke bumm hat er die registration gewechselt der bildschirm hat gewechselt zum alten mann hier alles wunderbar dann gehe ich wieder auf die songliste zurück wie hier baby blue aus hat er das gemacht ich habe jetzt hier aber keine sachen aber hat jetzt da wieder gewechselt auf position zwei songliste ich habe hier noch mehr schleswig holstein die zum beispiel zeigt hier läuft der klick los von dem teil ich habe jetzt auch ein text drauf mir fertig gemacht als pdf keyboard ist eingestellt auch so ich wollte ja nur zeigen dass das alles geht mit der umstellung wie das funktioniert der klär ich gleich per wireless lan bis gleich so damit das auch alles geht müssen am taros folgende einstellungen gemacht werden und zwar unter funktion finden wir hier weil es land da gehen wir einmal drauf wie wir sehen müssen wir den mode change auf access point mode umstellen auf access point mode umstellen dann ist das hier soweit alles in ordnung dann müssen wir auf details gehen hier details und da oben muss dann nur der midi kanal eingestellt werden einmal den midi kanal einstellen ich habe kanal 1 genommen und das war es das war das hier dann müssen wir ein midi setup erstellen ich habe das hier so gemacht für receive zum beispiel muss muss also ich habe kanal 1 genommen ihr könnt auch jeden anderen kanal neben 16 oder wie auch immer port 1 keyboard der kanal den ihr benutzen wollte er muss auf keyboard gestellt werden zum empfangen von daten von außen receive keyboard so und dann sollte das gehen weil es land so und die einstellung am ipad zeige ich gleich so da bin ich jetzt wieder und jetzt sehen wir die oberfläche von meinem ipad und jetzt zeige euch die einstellung von dem songbook sein muss ich gehe jetzt mal hier auf einstellung da bin ich jetzt hier schon im songbook drinnen vielleicht gehe ich jetzt mal woanders her nochmal so gehe hier ganz rund auf einstellung da finden wir dann das songbook hier da drücke ich jetzt drauf und dann bin ich jetzt im songbook drinnen und dann sehen wir hier midi einstellungen gehen wir in die midi einstellungen rein und dann ist hier ganz wichtig dass hier der kanal auf kanal 1 eingestellt ist oder den kanal nach euren wünschen ihr müsst nur sehen dass ihr basson den jeweiligen kanal dann auf keyboard umstellt im teil aus so was hier eigentlich aktiviert werden muss ist weil es midi klient aktivieren von haus aus standard ist der tieros wenn man den als access point laufen lässt unter dieser adresse man kann auch eine andere vergeben aber unter dieser adresse ist er da drin und da müssen wir diesen diese nummer eingeben und dann geht die midi geschichte per weiles land in den tieros rein so des weiteren muss hier angehakt werden hier unten befehle auch an wlan senden das ist ganz wichtig wenn das nicht gemacht wird funktioniert das nicht über wlan das wäre die einstellung im songbook auf dem ipad wichtig ist natürlich auch dass ihr verbunden seid mit dem tieros hier müsstet ihr verbunden sein sonst würde das nicht gehen ich bin jetzt hier mit meiner fritz box verbunden weil ich jetzt auf dem pc die oberfläche von dem ipad aufnehmen so das war's ok fragen hat schreibt mich an kein problem so wichtig ist noch zu erwähnen dass wir hier wenn wir hier auf unsere einstellung gehen im songbook direkt da gehen wir finden wir hier midi bluetooth monitor öffnen das öffnen wir mal und wenn wir alle einstellung vorgenommen haben haben das songbook das erste mal gestartet und alles ist da dann müssen wir hier einmal midi neu starten sagen midi neu starten und dann bekommen wir hier die fehlermeldung für source edit yes und destination edit ist auch yes das heißt beide midi verbindungen beide richtungen ist okay das war es eigentlich noch das müsst ihr auf jeden fall jedes mal machen wenn ihr das system startet und da einfach wieder zurück gehen okay tschüss tschüss tschüss